Hallo, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, also mehr als sonst. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donald204 und ich habe das dritte Smash-Turnier für den 3. Januar 2021, also für diesen Sonntag angekündigt, aber ich habe mich gestern am Finger verletzt und bin deswegen nicht so wirklich Smash-tauglich. Ah, Zeigefinger am linken, also es geht, ich könnte theoretisch spielen, aber ich bin es halt gewohnt, die Schultertasten mit dem Zeigefinger zu betätigen und davon würde ich jetzt momentan abraten und ich konnte auch nicht trainieren, also Trainingsrunden mit euch zusammen. Ich wollte euch ja auch die Chance geben, dass ihr ein bisschen trainiert. Konnte ich auch nicht machen, weil ich auf Arbeit sehr, sehr ausgelastet war, Überstunden und so weiter und so fort. Und deswegen fiel jetzt im Grunde sehr viel aus, nicht nur Smash, sondern auch im RPG-Maker-Bereich und auch in anderen Bereichen fielen ein paar Dinge aus, vor allem bei mir auf YouTube halt. Und deswegen werde ich das Turnier verschieben, auf unbestimmten Terminen erstmal, weil ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wie ich das am besten mache. Ich hatte eigentlich bis gestern noch überlegt, das Turnier vielleicht trotzdem zu machen, aber dann habe ich mich am Finger verletzt gestern, wie gesagt. Und ja, dann dachte ich mir, ach, lassen wir es ganz ausfallen erstmal. Aber ich vergebe euch den Preis trotzdem, weil ich bin ein Ehrenmensch. Der Preis steht trotzdem, beziehungsweise es gibt einen Preis. Wenn ihr am Sonntag live auf meinen Kanal kommt und mit mir zusammen eine Smash-Trainingsrunde spielt, beziehungsweise nicht mit mir zusammen, ich bin da nur im Zuschauermodus, weil, wie gesagt, mein Finger ist leicht defekt. Und ich würde dann im Zuschauerraum sitzen und euch die Chance geben, etwas zu trainieren. Vielleicht würde ich auch selber ein bisschen mitspielen, wenn ich es irgendwie schaffe, ohne den Finger zu spielen. Aber theoretisch müsste das irgendwie möglich sein. Keine Ahnung, muss ich gucken. Auf jeden Fall, was ich euch geben würde, allen Teilnehmern, die am Training teilnehmen, auch die, die sich nicht für das Turnier gemeldet haben, unter allen Teilnehmern, würde ich folgendes verlosen. Einen 25 Euro Mediamarkt-Gutschein, einlösbar in allen deutschen Filialen, also in Deutschland, nicht irgendwo Österreich, Schweiz oder Frankreich oder keine Ahnung wo. Also es muss schon in Deutschland sein, in allen deutschen Mediamarkt-Filialen und online natürlich, wahrscheinlich auch nur deutschlandweit. Das Ganze würde ich euch als PDF schicken, also dem Gewinner. Ich brauche also auf gut Deutsch eine E-Mail-Adresse. Und wenn es nur eine Wegwerf-E-Mail-Adresse ist, die ihr mir kurz mal gebt, dann über den Chat. Das wäre nicht schlecht, aber unter allen Teilnehmern, die sich am Smash-Training beteiligen, würde ich dann dementsprechend den Gutschein verlosen. Es bekommt ihn nur einer, aber ja, so ist das halt bei Preisen. Aber so hat auf jeden Fall jeder die Chance, wenn ich es verlose. Beim Turnier würde der Gewinner quasi den Gutschein bekommen. Und so hat jeder die Chance. Vielleicht auch besser so, dann kriegt ihn vielleicht mal nicht Smash-Fire. Sorry, Smash-Fire. Gut, das war es dann eigentlich soweit von mir. Wie gesagt, am 3. Januar, diesen Sonntag, wäre dann eine Runde Smash-Training. Und alle Teilnehmer können bei der Verlosung mitmachen, wenn sie das denn möchten. Also ihr könnt auch sagen, dass ihr da nicht mitmachen wollt bei der Verlosung und trotzdem am Training teilnehmen. So soll es nicht sein. Wir werden natürlich Doppelkämpfe trainieren. Also bringt eure Partner mit, wenn möglich. Und wenn ihr keine Partner habt, kommt einfach so rum. Vielleicht findet sich da irgendwo spontan ein Partner im Chat. Das könnt ihr dann ja im Stream-Chat absprechen. Ich danke allen Zuschauern. Und denkt bitte auch an das RPG Maker Event am 8. Januar. Das wäre dann der nächste Freitag. Also in einer Woche ist Abgabetermin für das RPG Maker Event. Also da bitte auch dran denken. Diese beiden Videos hier. Letztes RPG Maker Event für 2020 Part 2 und den Teaser. Ansehen. Da wird dann nochmal alles aufgedröselt. Und so weiter und so fort. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Bis Sonntag. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe, dass meine Überstunden langsam aufhören. Weil es war doch anstrengend. Es war doch anstrengend die letzten Monate. Und danke nochmal an alle Abonnenten. 2020 Abonnenten war das Ziel. 2070 Abonnenten haben wir geschafft. 50 Abonnenten mehr. Yay. Danke. Nächstes Abonnentenziel wird dann demnächst gesetzt. Mal gucken, wie ich Zeit finde. Tschüssi. Jetzt bin ich wirklich weg. Sorry, Leute. Okay. Tschüss. together. Africamente ein bmon Glennonnenten mehr. ev hope hat sich die skirtsmaker assistant. Und ich hätte wieder nur eine enemy synthetic Chopra.